und damit herzlich willkommen zum kleines paar video auf diesem kanal und zwar von w.o.w. oder vorgraf ihr ewig ist abteil dahinter ja das habe ich mir gekostet zusammen mit FIFA 15 was ich hier drin habe muss ich noch installieren ist verboten wenn du sagst ach egal was ist w.o.w. ein rollenspiel also so gesehen ein online game also ein online rollenspiel was man mit anderen leuten spielen kann und ja da gibt es unterschiedliche völker und so unterschiedliche spezies ja ich habe mal gedacht dass ich mal ein bisschen abwechslung brauche statt von kraft und so und dann habe ich mir gesagt guck wo du vorgrafst ist das FIFA da bin ich FIFA genommen und wo du vorgrafst und mit dabei also hier drin sind noch karten und so wo ich den code davon schon eingelöst habe und so und ja das ist die verpackung aber wir interessieren uns ja eigentlich gar nicht für die verpackung deswegen weil ich einen kleinen karten und die verpackung schon gucken wie uns übrigens schon optimal ja und dann sage ich mal bis gleich und da bin ich auch wieder und ja wie man sehen kann ein fettes buch ich versuche jetzt mit einer hand hier raus holen also das sind das da steht in so zeug weltkarte oh weltkarte ist hier drinnen soll ich mich auch gerne interessieren das ist die weltkarte das ist die weltkarte und so abseite 22 haben wir übrigens die spezien also die völker nicht schon viel zu machen also das ist zum beispiel weil der klasse ist der troll ist dann nacht elf ja und das ist das buch wie gesagt und was ist denn noch CD4 die da drin ist ja ich mache dieses video leider nur fünf minuten ja auch nicht und ich werde jetzt also dieser typ hier den die wich haben die riefen wurde besser und weil sie sehr gut ist charakterend das war jetzt das buch das dasselbe cover was auch auf der box vorne drauf ist die ich jetzt zeigen werde dafür mache ich jetzt nochmal einen kleinen cut und da bin ich auch wieder und ja und jetzt kommt die schachtel ja das ist die schachtel also das cover ist voll gelungen und so von wörter verkauft das kann man hier auch so rüber und also das ist ihr müsst euch vorstellen dass es hier so voll hoch gehen kann das ist so mehr so 3d effektig aussieht ihr hört auch schon und so ja aber kommen wir jetzt mal von der rückseite dieser schachtel die rückseite die seiten und so sind langweilig außerdem muss man die decke da oben schließen das ist wieder der typ der ich unbedingt spielen will weil der sieht cool aus und so und wie war es 15 habe ich mir übrigens doch gekauft das habe ich glaube ich von jetzt wie das gesehen aber ich zeig das trotzdem nochmal und sag ich ja 4 auf 15 eigentlich 16 wohnen aber 16 war ein bisschen teuer äh das ist äh jetzt für die das ist jetzt die rückseite der schachtel also die rückseite ist auch wieder gelungen aber das einzige was mich jetzt hier an dieser schachtel interessiert ist das kann man das kann man auch klappen und da ist dann sieht man ja hier zum beispiel sachen die man die grenzenlose spielerlebnis erwartet das ist auch wieder mit diesem krasse schluss wenn man draufhaut und das alles und so und ja und ich werde mit dem schachtel das ist ja jetzt auch noch was wie hieß ich glaube so viel stehen hier sind wir weg das kann zwar voll wenig von aber da kann man zucker finden das ist so ein hirn ich scheiße aus oder die doch die doch die so okay so das ist das das man doch auch noch was nicht davon kommen kann aber das ist ja rückseite für die interessiert sich ja eigentlich so dass sie dann praktisch so steht so ich freue mich darauf dieses Spiel zu spielen und ich hoffe es ist ein cooles Spiel und ja und wir müssen das Video hochladen und so ich hoffe dieses Video hat euch gefallen und wenn ja lasst bitte einen Daumen hoch nach oben und wenn ihr keine Abonnenten seid dann abonniert bitte das wäre eine danke und wir sehen uns im nächsten Video das war's doch nicht mit dem Video ich wollte nämlich noch was loswerden dieses Buch dieser Ratgeber das ist also für mich persönlich der best der schönste gestalteste und coolste Ratgeber den ich je vor meinem Spiel in Sachen hatte und da denkst du aber das sei gemein cool ja und das war's jetzt mit dem eigentlichen Video Tschüss